Musik Es gibt ein Grollen in unseren Gesellschaften. Eine Stimmung schaukelt sich auf. Eine Wut, die jederzeit eruptiv ausbrechen kann. Man muss nur hineinhören in die Gesellschaft. Ja, und Sie denken jetzt vielleicht an die Arbeitslosen in Griechenland und Spanien oder an die einfachen Leute, an die normalen Leute, die von ihrem Job nicht mehr leben können, während die Banker fette Boni kassieren. Oder an die jungen Leute, die überhaupt keinen Job mehr finden können. Die sich von Werkvertrag zu Werkvertrag hangeln müssen, bestenfalls. Aber die meine ich gerade nicht, wenn ich von diesem Groll und von dieser Wut rede. Ich rede von den anderen Empörten. Von den anderen Revolutionärgesinnten. Von den armen Wohlhabenden aus dem gehobenen Mittelstand. Die sind nämlich mittlerweile richtig empört. Und bevor wir da jetzt in schallendes Gelächter ausbrechen über den Ärger jener, die ohnehin auf die Glücksseite des Lebens gefallen sind, wollen wir uns mal ansehen, was denen so die Stimmung vermisst. Diese Töne werden ja immer lauter in diesen Kreisen. Weil die Zentralbanken so viel Geld ins Finanzsystem pumpen und weil sie mit dauerhaft niedrigen Leitzinsen die Konjunktur am Laufen halten. Deswegen sind eben alle Zinsen sehr niedrig. Und das bedeutet, wer ein paar hunderttausend Euro angespart hat, der weiß plötzlich nicht mehr, wie er sein Geld anlegen soll. Am Sparbuch gibt es kaum Zinsen. Wer Staatsanleihen kauft, kriegt kaum Zinsen. Wer Banken Geld leidt, kriegt auch fast keine Zinsen mehr. Wer also einigermaßen sichere Investments vornehmen will, der muss sich mit Zinsen von 1-2% jährlich begnügen. Das heißt also, mit Zinsen, die im Grunde unterhalb der Inflationsrate liegen. Höhere Renditen kann nur erzielen, wer sehr viel Geld hat. Wer auch riskantere Operationen vollziehen kann und wer zum Beispiel große Veräußerungsgewinne realisieren kann. Aber wer so ein mittleres Vermögen hat, der weiß kaum mehr, wie er die Substanz seines Vermögens erhalten soll, geschweige denn, wer es noch vermehren kann. Das ist ja übrigens auch ein Grund für die Immobilienblase, die sich gerade aufpumpt. Die Leute kaufen in ihrer Panik Eigentumswohnungen, aber angesichts der Anschaffungskosten ist auch kaum erkennbar, wie sich ein solches Investment durch Vermietung noch gescheit rentieren soll. Aufgeregt spricht man in dieser Welt schon vom Anlagenotstand. Ja, googeln Sie mal Anlagenotstand. Das bietet schöne Einblicke in diese Parallelgesellschaft unglücklicher Anleger. Und die Zeit, wo die Zinseinkommen ein schöner, relevanter Einkommensbestandteil waren, die ist eh vorbei. Und jetzt denken Sie vielleicht, naja, dann sollen die es doch zur Abwechslung mal mit Arbeit versuchen. Aber sollten Sie da jetzt gerade ein bisschen in Schadenfreude verfallen, angesichts der Sorgen der oberen 10.000, muss man natürlich dazu bedenken, das betrifft nicht nur Leute mit einem Investmentportfolio von ein paar hunderttausend Euro, sondern natürlich auch normale Leute aus der Mittelschicht, die seit Jahren beispielsweise in eine Lebensversicherung einzahlen, in der Hoffnung, damit eine schöne Extrapension am Lebensabend zu bekommen oder sonst irgendwas. Dauerhaft niedrige Zinsen zerstören natürlich auch deren Pläne. Und hier baut sich auch ein Zorn auf gegen die Politik der Zentralbanken. Aber dazu muss man natürlich sagen, die Politik der Regierungen und insbesondere der Zentralbanken hat einen Totalkrash des Finanzsystems verhindert. Eine Folge davon sind halt jetzt dauerhaft niedrige Zinsen. Und ja natürlich, das heißt eben auch, dass jetzt mittlere und kleinere Vermögen praktisch nicht mehr wachsen. Das ist schon richtig. Nur hätte es diese Politik der Zentralbanken nicht gegeben, dann würden diese Vermögen ja überhaupt nicht mehr existieren. Sie wären in einem großen Krach auf Null gestellt worden. Und das sollten die Leute, die es betrifft, heute schon bedenken und nicht vergessen, wenn sie sich heute darüber beklagen, dass ihre Vermögen nicht mehr wachsen. Und trotzdem ist eines natürlich klar, es handelt sich hierbei um einen echten Zielkonflikt. Und Sie wissen eh, was die Wissenschaft unter einem Zielkonflikt versteht. Dass es zwei anstrebbare Ziele gibt, von denen man aber eben nur einen realisieren kann und wo die Realisierung des anderen durch die Realisierung des einen dann ausgeschlossen ist. Ganz simples Beispiel, wir wollen unsere Kinder umhätscheln, aber wir wollen auch, dass sie Flüge werden. Ist beides gleichzeitig schwer zu realisieren. Aber in solchen Fällen gibt es wenigstens noch einen intelligenten Mittelweg vielleicht. Aber es gibt durchaus auch Zielkonflikte, wo es diesen intelligenten Mittelweg eben nicht gibt. Und jetzt wieder zurück. Also niedrige Zinsen haben ein paar Vorteile. Erstens, Schulden reduzieren sich quasi von selbst. Zweitens, die Konjunktur wird gestärkt. Drittens, Arbeitseinkommen werden gegenüber Finanzgewinnen wieder, naja, wie soll ich sagen, privilegiert. Oder sie gewinnen zumindest wieder mehr an Gewicht gegenüber Finanzgewinnen. Sie haben aber auch ein paar Nachteile. Also erstens leiden die wirklich großen Vermögen deutlich geringer als die mittleren und kleineren Vermögen. Deswegen wird die Ungleichverteilung oder die Ungleichheit nicht automatisch geringer durch niedrige Zinsen. Zweitens können niedrige Zinsen natürlich Anleger auch in riskante Anlagen treiben und auch Blasen aufbomben. Und drittens, erschweren sie auch ganz normalen Leuten, sich nennenswerte Beträge zu ersparen durch Arbeit und ein bisschen was weglegen. Aber beim gegenwärtigen Stand der Dinge überwiegen die Vorteile, ganz sicherlich die Nachteile, ganz sicherlich. Und übrigens ist es ja nicht ausschließlich die Politik der Zentralbanken, die für niedrige Zinsen sorgt. Ja, im Augenblick nicht einmal in erster Linie. In erster Linie ist es im Moment auf den Finanzmärkten ja so, dass es kaum mehr risikofreie oder risikoarme Anlagen gibt. Und wenn es dann noch welche gibt, ein paar, die im Geruch stehen, risikoarme oder risikofreie Finanzanlagen zu sein, dann will die jeder haben. Und da sinken dann natürlich die Zinsen. Auf absehbare Zeit kann man deshalb unseren wohlhabenden Freundinnen und Freunden kaum einen anderen Ratschlag geben als den, ihr müsst jetzt sehr tapfer sein. Aber natürlich optimal ist es nicht und gerecht ist es auch nicht immer. Aber mit Gerechtigkeit muss man mir halt auch nicht kommen, als durchschnittlicher, wohlhabender Finanzanleger. Denn natürlich wäre es gerechter gewesen, die Kosten für die Stabilisierung des Finanzsystems durch Steuern auf die wirklich großen Vermögen zu finanzieren, zumindest teilweise, statt durch die schleichende Weginflationierung von mittleren und kleinen Vermögen. Klar, aber bitte, die, die sich jetzt aufregen darüber, dass ihre Ersparnisse jetzt jedes Jahr so ein ganz klein bisschen weniger werden, die habe ich halt meistens auch nicht an der vordersten Front gesehen im Streit für Vermögenssteuern oder Vermögensabgaben der Superreichen. Aber das kann sich ja noch ändern. Aber bis dahin gilt natürlich schon auch ein bisschen selber Schuld kein Mitleid. Vielen Dank. Vielen Dank.